Ja? Guten Tag, Madame Valberg. Mademoiselle. Entschuldigung, dann wünschen Sie, dass Sie... Verstehe. Du wolltest mir was sagen? Nun, es ist wegen dieses Valberg-Auftrages. Sie ist nicht immer ganz einfach. Nicht wahr? Wollen Sie eine? Sie hat schon drei meiner Fahrer gefeuert. Ach, wirklich? Danach helfen Sie mir bitte mit der Bettwäsche. Mademoiselle Valberg, ich bin Ihr Chauffeur. Ich bin nicht hier, um Ihre Laken zu wechseln. Würden Sie mir erklären, was wir da gerade getan haben? Ich bin eine Nase. Sagt Ihnen das was? Natürlich sagt mir das was. Sie müssen mir doch beim Auspacken helfen. Rauchen verboten. Nehmen Sie meine Koffer. Wie wär's mit einem Bitte? Schönen Abend noch. Warum haben Sie bei Arsene eigentlich nur nach mir verlangt? Und warum sind Sie gekommen? Ich habe keine Wahl. Ich habe eine zehnjährige Tochter und wenn ich das gemeinsame Sorgerecht behalten will, muss ich arbeiten. Wonach riecht es? Ich finde, es stinkt. Es riecht wie dieser Tapetenkleister. Benzaldehyd. Benzaldehyd. Die Kellnerin trug J'adore. Wollen Sie damit sagen, dass Sie alle Parfumrezepte auswendig können? Die, die ich kreiert habe. Das war Ihre glanzvolle Zeit. Damals boten Sie ihr ein Vermögen für Ihre Parfumkreation. Woran? Woran denken Sie hierbei? Keine Ahnung. Haben Sie etwas mehr Vertrauen? Ich mache wieder Parfum. Würden Sie mir helfen? Warum fragen Sie das nicht jemanden aus Ihrem Mittel? Weil Sie gut sind, Jee. Die Kellnerin. Sie haben nicht einen Moment den Kopf gehoben, um sie anzusehen. Menschen haben nicht nur ihren Geruch. Sie schaffen es nicht, mit ihr auch nur zwei Worte zu wechseln. Danke. Zwei Worte.